Ja klar, wir wissen, dass wir alles selber in der Hand haben und wir müssen jetzt auch versuchen zu Hause, wie gesagt, endlich mal wieder einen Heimsieg zu holen. Dass wir dann auch hier wieder eine positive Stimmung erzeugen und das haben wir uns für Samstag vorgenommen und ich gehe auch davon aus, dass wir das hinkriegen. Ich habe mir da jetzt kein besonderes Ziel gesetzt oder keine besondere Zahl im Kopf. Wäre natürlich schön, wenn ich die Anzahl der Tore von letztem Jahr bestätigen kann. Das auf jeden Fall und dann mal gucken, was da noch geht, aber ich habe jetzt keine spezielle Zahl im Kopf. Dass es jetzt direkt im ersten Spiel von Anfang an dann direkt wieder geklappt hat, freut mich und vielleicht kann das ja so weitergehen. Ja, also wie gesagt, dieser letzte Tick im Zweikampf, der fehlt. Wir sind gegen Schalke, um nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben gut verschoben, wir sind sehr viel gelaufen, aber so der letzte Tick, um im Zweikampf zu sein, der hat gegen Schalke gefehlt. Natürlich, die haben das gut gespielt, die haben uns viel laufen lassen. Ja, aber das sind Sachen, daraus können wir lernen, auch für die Meisterschaftsspiele, dass wir einfach noch aggressiver oder noch direkter in den Zweikampf kommen, um uns dann da behaupten zu können, dass das gegen Schalke, klar ist auch ein anderer Gegner, das ist teilweise nicht so gut gelungen. Aber wie gesagt, daraus kann man auch lernen und das dann in der Meisterschaft besser machen.